Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur BrickStory und zu einem Video, welches ich schon lange machen wollte. Das hier ist der Herbst 2018 Shop at Home Katalog. Da sind unter anderem exklusive Sets dabei, die es damals so nicht gegeben hat und es sind natürlich auch alte Sets und ich weiß nicht, ob ihr euch an die frühere Zeit noch erinnern könnt. Ich saß da jedenfalls immer mit meiner Schwester vorm Fernseher und haben wir super RTL geguckt, immer sonntags, da durften wir zwei Stunden Fernsehen gucken, weiß ich noch ganz genau. Dann kamen immer zwischen den Serien diese Lego-Werbungen und ich war einfach immer im Bann davon. Das war ja damals noch nicht so üblich mit YouTube und so weiter, dass man sich das alles angucken konnte, wann immer man wollte und wenn dann irgendwas im Fernsehen kam und dann sowas animiert war, das war schon immer sehr, sehr cool. Und dieser Katalog enthält unter anderem ein paar Clone Wars Sets auf Seiten 2 bis 7. Okay, auf der ersten Seite eigentlich auch, aber er enthält auch nochmal ein paar andere Themen, wie jetzt zum Beispiel hier, ihr habt gerade schon gesehen, Castle City Exclusives, Indiana Jones, Mars Mission, Creator Technik. Ach, damals gab es noch dieses alte Auto. Ich erzähle euch gleich alles zu dem Auto, was ich darüber damals gedacht habe. Vielen Dank auch noch an den Zuschauer, der mir das geschickt hat. Leider war im Paket kein Name drin, deshalb, ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Namen sagen soll oder nicht, aber du willst dich auf jeden Fall angesprochen fühlen, wenn du das hier siehst. Vielen Dank, ich hatte diesen Katalog damals leider nicht. Lass uns einfach mal anfangen hier mit der allerersten Seite. Das ist natürlich hier die Schlacht um Teth, glaube ich, also da, wo Rotter der Hood dann da oben drin ist und die mit den ATT-Walkern da hochlaufen. Damals ist der Film gerade in die Kinos gekommen. Ach, das war so, das war, oh mein Gott, das war schön. Ich habe den Film leider nicht sehen dürfen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch nicht zwölf gewesen bin. Ähm, aber die Fantasie hat mich damals schon echt gepackt. Hier haben wir dann Ahsoka, dann haben wir hier Rex, Anakin und so weiter. Das sind für mich die OG Clone Wars Figuren, die ich am liebsten mag. Ist aber natürlich, weil ich da so eine Bindung habe. Aber was man zugeben muss, Captain Rex und Cody, das sind schon sehr, sehr coole Figuren damals gewesen. Die Sets kommen, denke ich mal, hier drin gleich. Oh Gott, ich habe, ich habe, ich habe es gesagt, ich habe den Katalog vorher nicht angeguckt. Aber schaut euch dieses Bild an. Oh Gott, oh Gott, damals im Katalog, also damals hatte ich nur den rechteckigen Katalog, dieses Hightech mit diesem Hochkant-Katalog hatte ich damals tatsächlich gar nicht. Das Republic Gunship. Das ist meine absolut Lieblingsvariante von dem Republic Gunship. Ich habe ja auch schon ein etwas seltsames Review darüber gemacht, wo ich meine Gefühle kundgetan habe. Wie auch immer. Das Set wollte ich damals immer unbedingt haben. Hier haben wir Ventress mit dabei. Wir haben Obi-Wan mit dabei. Wir haben Cody mit dabei, ein Clone Trooper. Das waren damals tolle Figuren. Ventress war neu. Und das Schiff ist natürlich auch der Hammer. Es hat natürlich keinen Tragegriff obendran. Hier das Rote haben sie damals nicht in diesem anderen Rotton gemacht, sondern einfach genauso wie hier in dem andere in diesem Rotton gelassen. Das ist natürlich nicht perfekt. Das ist mir auch sehr bewusst. Und naja, es sind halt Kindheitserinnerungen. Ich meine es, wer hätte 130 Euro gekostet? Ist jetzt komisch, dass hier 150 Euro drin ist. Das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Preis bei den 1000 Teilen. Also auch damals ist Star Wars nicht günstig gewesen. Und hier geht es noch weiter mit Clone Wars. Es kommen auch gleich andere Sachen als Star Wars. Keine Sorge. Hier haben wir dann die Schlüsselanhänger. Obi-Wan, Plurkon. Plurkon, das ist absolut keine Figur, die man an Schlüsselanhänger macht. Der verliert seine Farbe an diesem Bart. Aber egal, kommen wir... Ach nee, hier. Ja, da war er. Da verliert immer seine Farbe. Ich glaube, bei neueren Versionen wurde es dann noch verbessert. Damals noch für 4 Euro die Schlüsselanhänger. Die Clone Trooper natürlich ohne diese Kommandoteile angesteckt, die sie in den Sets haben. Hier seht ihr diese Karma und so weiter, die hier ist. Nicht überall erhältlich. Ach, der hat damals 95 Euro. Das ist aber weird. Ich dachte immer, der wäre bei 100 Euro gewesen. Aber gut, das sind natürlich auch nur die Kindheitserinnerungen. Das ist mein absoluter Lieblings-ATTE-Walker. Ich weiß, der andere, der neuere, der ist perfekt so im Stabilitätsmaß. Ist aber wesentlich kleiner als der hier. Und der alte ist halt einfach, naja, alt. Der hier ist jetzt aus heutiger Sicht natürlich auch alt, aber der hatte da vorne auch noch, wenn ihr hier drauf gedrückt habt. Egal, ich mache mal ein Review zu dem Set. Es ist nämlich ein sehr, sehr gutes Set. Hier haben wir dann den V-19 Torrent. Der war für 65 Euro meines Erachtens nach immer sehr, sehr teuer. Es ist natürlich immer teuer, so einen Starfighter zu kaufen, finde ich, weil der fliegt halt dann nur und ich finde so einen Walker oder sowas, was wirklich in der Schlacht rumläuft und was man auch im Mock dann einbauen konnte, was ich damals auch immer gemacht habe, wesentlich besser als jetzt solche Starfighter. Wie auch immer, das Teil ist der Hammer. Ihr seht, ihr könnt das hinten so, ihr könnt hinten diese Finne drehen und dann landet das so und die klappen sich von aus. Das muss ich irgendwann nochmal kaufen und hier vorstellen. Ist halt nur eine einzige Klonpiloten-Minifigur. Alter, die haben einfach den Helm vergessen. Ihr seht, die haben einfach den Helm hier oben drin ausgetauscht. Das ist eigentlich so ein gelber Helm hier dann. Dann haben wir den Magma Guard Fighter. Magma Guard Fighter hat mich auch nie so gereizt für den Preis. Aber auch hier könnt ihr das Cockpit öffnen und so weiter. Und hier sind auch noch zwei Magma Guards mit dabei gewesen. Ist eigentlich schon ein schönes Set. Es kam halt nur nicht so wirklich in der Serie vor. Deshalb hat es mich jetzt auch nicht wirklich interessiert. Ach, hier ist die Twilight. Damals für 99 Euro erschienen. Habe ich ja letztens ein Review zu gemacht. Bin ich wirklich, ja, ich bin ein bisschen verliebt in das Set. Ich gebe es ehrlich zu. Rotter dem Hutten, der ist ja auch noch vorne mit dabei gewesen. Dann haben wir hier den Separatist Spider-Droid für 30 Euro. Also das ist damals echt ein teures Set gewesen. Hier dann mit Commander Fox. Dann dem Anakins Jedi Starfighter. Da habe ich damals zwischen diesem hier und dem Grievous Starfighter geschwankt. Und dann habe ich doch den Grievous Starfighter genommen, weil der mehr Lichtschweierter hatte als jetzt hier dieser Anakin. Und der Fighter-Tank. Boah, 70 Euro hat er damals. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass er so teuer gewesen ist. Ist meines Erachtens jedenfalls viel. Ich hatte das Ding aber auch nicht in der Hand. Es kann sein, dass es ein relativ großes Set ist. Dann hier oben das, unten das Droid-Kant-Chip. Noch für 40 Euro. Das nächste hat dann 50 Euro gekostet. Gut, das nächste hatte auch mehr Minifiguren mit dabei und war auch wesentlich älter. Hier gab es aber damals dann noch so eine Bombenfunktion. Da habt ihr oben dran gedreht, sind die Bomben da unten rausgefallen. Bomben haben sie damals echt sehr, sehr oft gemacht. Und dieses Video wird wahrscheinlich jetzt schon monetarisiert sein in 5, 6 Minuten. Wie auch immer. Das war mir gar nicht bewusst, dass der jetzt hier drin sein könnte. Das hier ist der UCS Millennium Falcon für 560 Euro. Ich meine mal, der wäre bei 500. Das ist interessant. Es ist gut, dass ich meine Preise nochmal erinnere. Kann auch sein, dass ich nur die Dollarpreise in Erinnerung habe. Denn die sind im Internet noch zu finden. Die Euro-Preise leider nicht so oft. Ja, schönes Set. Ist für mich immer noch das ultimative UCS Set. Der neuere ist natürlich größer und schöner und so weiter. Aber ich weiß nicht, irgendwann will ich den mal bauen. Damals gab es wirklich einen Hype. Da wollte den, also nachdem der aus dem Programm gegangen ist, wollte den wirklich jeder haben. Und hat den auch versucht, sich nachzubauen. Die Leute haben die Teile angespritzt, damit die grau werden, die vorher braun waren, weil die einfach billiger gewesen sind. Ja, so wilde Zeiten waren es damals. Jedi Starfighter with Hyperdrive Booster Ring. Auch ein solides Set hier mit diesem Booster Ring. Mit Obi-Wan und Kit Fisto. Ja, Kit Fisto ist hier das erste Mal drin gewesen in diesem Set. Dann das Imperial Dropship und das Rebel Scout Spieler Set. Auch zwei sehr, sehr schöne Sets. Gerade hier vier normale Rebel Trooper. Besser geht es ja gar nicht. AT AP Walker hatte mein Kumpel damals. Exklusive Shock Trooper Minifiguren, die aus dem Battle Pack, die hatten eine andere Hose. Hellfire and Spider Droid Set. Auch ein sehr, sehr stabiles Set, muss ich ehrlich sagen. Ach, hier geht es noch weiter mit Star Wars, ey. Ah, das ist so schön zu sehen. Hier haben wir das Rogue Shadow für 68 Euro mit den, also das hat halt damals auf diesem Videospiel The Force Unleashed basiert. Vader mit dabei. Dann hier Starkiller oder Vaders Schüler, jetzt doppelt demonetarisiert hier das Video. Und dann hier natürlich noch der AT80 with Motor für 150 Euro. Ja, die Fake-Variante, davon habe ich die Originale leider nicht. Und Grievous, also so als Display. Ja, ich weiß nicht, das Gesicht spricht mich noch nicht so ganz an. Aber naja, der Urvater aller dieser kleinen Modelle wie jetzt Grogu und so weiter. Ach, Uhren gab es damals auch noch, genau. Für 20 Euro eigentlich okay. City. Da kann ich euch auch ein Lied von singen. Das Set habe ich damals bekommen. Ich weiß nicht, ob das bei euch beim Kindergeburtstag genauso gewesen ist. Habe ich damals einen Kindergeburtstag gefeiert und dann haben alle Kinder, also alle, die ich eingeladen habe, zusammengelegt und ich habe das Set dann geschenkt bekommen als Großset quasi. Habe ich heutzutage immer noch dieses Set hier. Habe ich aber auch oft umgebaut und für andere Sachen benutzt. Schwimmboot ist sogar schwimmfähig. Dann haben wir hier das Rettungsschiff und Leuchtturm der Küstenwache. Das hatte eben ein Schulfreund damals von mir. Das war hier ein ganz cooles Teil, wo der Turm drauf stand. Das ist kein CGI, das ist wirklich ein richtiges Lego-Teil. Also dann hier der Helikopter, der konnte dann hier seine Seilwinde einholen. Und diese Bohrinsel, die gab es glaube ich nicht im Katalog. Die war exklusiv dann bei Lego. Auch ein netter Build, finde ich. Ich mag sowas, wenn das erhöht ist. Habe ich auch früher oft als Mock gebaut, solche Stationen. Dann haben wir hier die Polizeisachen. Ja, das war noch eine Generation nach mir, wo ich richtig Polizei gespielt habe. Da gab es noch eine andere Polizeistation. Diese hier finde ich aber auch ganz cool. Die hatte mein Nachbar damals. Die waren hier so Gefangenenzellen. Dann habt ihr hier die ganzen Garagen gehabt. Na klar, hier sind überall noch viele Noppen und so weiter zu sehen. Aber immerhin ist eine Baseplate hier mit enthalten gewesen. Wirklich eine der besten Polizeistationen hier jetzt für 90 Euro. Heutzutage wird das bestimmt 150 Euro kosten. Ach genau, schaut euch diese Dinge an. Die gab es damals auch so Mini-Sets für drei Euro. Drei Euro kriegt man heute nicht mal eine Minifigur mehr. Mit so einem Blitzer, genau. Blitzer nennt man das Ding. Und dann Streifenwagen. Bei dem Streifenwagen, ich weiß nicht, ob das bei dem war oder so, da waren zwei verschiedene Sets an Aufkleber mit dabei. Dann konnte man sich eine grüne Polizei und ich glaube eine schwarze oder eine blaue Polizei noch bauen. Ja, das waren die hier nicht. Wie auch immer. Schönes Ding. Dann, ach, dieses Luftkissenboot hier gab es dann noch. Das war einfach weird, aber das konnte glaube ich auch, ja, konnte schwimmen. Dann hier oben der LKW mit Gabelschapler. Das war diese Cargo Set-Reihe. Da gab es dann später auch noch einen Hafen, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Post gab es hier damals dann auch noch. Ich weiß gar nicht, wann hatten wir das letzte Mal ein Post-Flugzeug oder sowas. Und auch die Feuerwehrstation, die hatte mein Nachbar auch damals. War auch ein solides Set für 60 Euro. Müsst ihr euch mal überlegen. Naja, wie auch immer. Ach. Oh, ja, ja. Oh mein Gott. Oh Mann, das, das ist, das erweckt gerade bei mir Erinnerungen, ey. Ich hab euch so, also holt euch noch eben was zu trinken. Macht kurz Pause und dann, dann schnacken wir hier weiter. Breit, ja. Großes Lego Castle Schachspiel. Das war damals auch exklusiv. Steht ja auch, ähm, dann hier das Schachbrett-Dings. Es gab noch ein anderes, äh, Ritterschach. Das war aber lame. Das hier ist ein richtig heftiges Ritterschachspiel. Für 200 Euro. Hier sind insgesamt, ich glaube, 33 Minifiguren mit dabei. Ich weiß, Schach spielt man normalerweise, ähm, nicht mit 33 Minifiguren. Aber hier ist halt noch so ein Skelett in der Ecke. Deshalb sind es 33 Minifiguren. Ach. Schaut euch das an, ey. Und diese ganzen Figuren, mit denen habe ich damals gespielt. Wir werden gleich noch hier was sehen. Das sind diese, das ist diese Fantasy-Castle-Reihe. Mit der bin ich auch gewachsen. Ach, da. Genau da, die Ritterburg. Die Ritterburg. Ach, Mann, oh Mann. Ähm, ja. Leider habe ich das nie bekommen. Ist heute Schweinehunde teurer, teuer auf Ebay. Will ich irgendwann auf jeden Fall mal, ähm, mal kaufen und dann euch hier die ganzen Sachen zeigen. Aber ob ich es irgendwann bekomme, mal, mal schauen. Irgendwie wird es ja bestimmt schon klappen. Verteidigung der Zwergenminie. Das Ding war ganz lustig. Das hatte ich einmal zu Nikolaus bekommen. Und dann hatten wir nochmal Besuch. Und die haben mir auch was mitgebracht. Und die haben mir das gleiche Set nochmal mitgebracht. Deswegen hatte ich das immer zweimal. Das war damals eine richtig heftige Sache. Damals war das krass, Sachen zweimal zu haben. Heute habe ich die Sachen 200 Mal. Ja, gut. Reden wir nicht drüber. Zwergenminie. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon oft erzählt. Die hat mir mein Vater damals aus Frankreich mitgebracht von einer Dienstreise. Und ich habe die dann durchgezogen und aufgebaut. Das war ein so fantastisches Set. Kein Scherz. Dann ist man hier vorne mit dem Minenwagen da durchgefahren. Konnte das hinten abminen. Das Ding ist hoch und runter gefahren. Hier oben war der König drin. Dann ist hier noch so ein riesiger Troll mit dabei gewesen. Diese Kampfdrolle. Das war, das war richtig heftig. Und dann auch noch für 50 Euro. Äh, was ist hier los? Ähm, dann das Schiff. Äh, das hatte ich mal auf Ebay-Kleinzeiten gebraucht, gekauft vor ein paar Jahren. Äh, um das Nostalgie nochmal ein bisschen aufzuwerten. War eine dumme Idee. Das Schiff war vollkommen versifft und unkomplett und so weiter. Naja, schade drum. Aber, äh, als Set an sich ist es auch ein tolles Schiff. Hier mit dem Drachen dann auch noch mit dabei. Das war dann ein guter Drache. Es gab auch noch die beiden Bösen. Ach, schaut euch das an. Für drei Euro konnte die eure Ritterarmee aufbauen. Ritterarmee und Trollkrieger. Ach, Mann, oh Mann. Ich hoffe, dass jetzt noch eine Seite... Ach, okay, das kommt keine Seite. Castle mehr. Schade. Sehr, sehr schade. Aber ich habe ja dazu schon mal ein eigenes Video gemacht zu den Castle Sets. Falls euch das interessiert, guckt es euch sehr, sehr gerne an. Weiter geht es dann mit dem Modular, dem Green Grocer. Damals hier 2008. Auch exklusiv gewesen. Auch ein solides Modular Gebäude. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht zu allen Modular Buildings. Ich mag den grünen Sandton und vor allen Dingen hier diesen Erker da eigentlich ganz, ganz gerne. Dann haben wir hier die 50 Jahre Lego Stadt. So ein bisschen ein modulares System. 150 Euro hat man dafür hingeblättert. Heutzutage bekommt man für 100 Euro das neue Straßensystem. Was nicht so belebt aussieht wie jetzt dieses hier leider. Ach, genau. Und hier gab es dann auch damals noch so goldfarbene Steine als Promoaktion quasi. VW Käfer 130 Euro hat das Ding damals gekostet. Ja, also braucht man glaube ich gar nicht drüber zu reden, dass der heutige VW Käfer wesentlich besser aussieht als dieser hier jetzt. Habe ich damals auch schon in dem normalen Katalog war so ein Vorschaubild von dem abgedruckt. Fand ich immer pottenhässig mit den Noppen hier oben drauf. Aber es mag Leute geben, für die das ein Klassiker ist. Dann will ich euch gar nicht, ähm, will ich euch gar nicht auf den Schlips treten. Hot Rod Werkstatt. Hm, das haben wir gar nicht so bewusst, dass es das damals gab. Aber ich war auch nie so der Hot Rod Fan jetzt in dem Sinne. War damals auch dann ein Exklusiv Set. Ach, hier genau. Factory war das dann. Factory Building Your Way. Da gab es auch damals so eine, so eine Sache, die hat Lego aber inzwischen eingestellt. Da konntet ihr euch selber online im Lego Digital Designer ein Set zusammenbauen mit allen Steinen, die ihr wolltet. Dann hat Lego euch das Set produziert und zugeschickt. Das hat sich natürlich nicht gelohnt. Ihr müsst überlegen, wie viele Arbeitsstunden dahinter stecken, dass jemand diese ganzen einzelnen Steine einpackt und so weiter. Vielleicht geht das irgendwann mal mit Maschinen, die das dann alles sortieren. Ähm, jedenfalls damals ging es nicht. Hier gab es dann auch noch, ja genau, hier nochmal zum 50-jährigen Steinjubiläum. Ich habe so einen goldenen Stein hier unten nochmal mit dabei. Ähm, Räder-Türen, Häuser-Türen, Ach, Räder-Kisten, Häuser-Türen, Ziegel-Türen, Ach, Kisten. Mensch. Ähm, genau. Hier Retro-T-Shirt, Collector-Katalog. Ja, das waren alles immer so Sachen, die haben mich nicht wirklich interessiert. Ähm, weil für mich war es immer so 10 Euro für eine Eis-Form. Was soll ich damit, wenn ich dafür auch, ähm, drei von diesen kleinen Ritter-Sets kaufen kann. Bionicle, das war nach meiner, nach meiner Bionicle-Zeit, die hatte ich vorher schon mal gehabt. Da gab es so einen goldenen Bionicle, den hatte ich. Das war mein absoluter Lieblings-Bionicle. Hier jetzt, äh, verschiedene andere. Kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen. Außer, dass dieses Ding hier ihr so in der Hand halten konntet, dort unten, seht ihr. Dann war das schon ein massives Ding. Ich hab halt nie die, die Hintergründe dazu gekannt. Och, Indiana Jones. Indiana Jones kommt jetzt auch noch. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier ein bisschen ins Schwärmen komme, aber vielleicht ist es ja, vielleicht könnt ihr damit ja auch, ähm, euch identifizieren, weil ihr damals genau das gleiche gehabt habt. Äh, der Dschungelfräser. Für 5, äh, für 46 Euro, doch. 46 Euro, doch, richtig. Indiana Jones mit dabei, zwei russische Soldaten, Colonel Dovchenko. Ich hab den Film damals nicht gesehen, aber diese Sets haben mich einfach gepackt. Das Ding hab ich damals, ähm, auch mit meinem Papa gekauft. In, ich glaub in Tschechien oder in Polen, da gab's so ein Kaufhaus, Carrefour hieß das. Da sind wir in Skiurlaub gefahren und ich hab dieses Ding gekauft. Das weiß ich noch ganz genau. Hab ich bis heute noch. Die Indiana Jones Minifigur war eine so fantastische Figur für die damalige Zeit. Heutzutage ist sie immer noch okay im Vergleich zu manchen anderen Figuren, die wir letzte Zeit bekommen haben. Aber wenn sie nochmal neu rauskommen, will ich Arm- und Beinprinting bei ihr sehen. Das hier war ein tolles Set. Damit konntet ihr halt so Bäume auseinandersägen, wie ihr halt, äh, wie es halt im, äh, Film auch schon gewesen ist. Ähm, hier dann die Verfolgungsjagd am Fluss. Das Set war okay. Fand ich jetzt nicht so spannend wie die anderen. Das Flugzeug, das ist auch ein Exklusivset gewesen. Das gab es bei uns nicht so wirklich. Flugzeug ist auch leider relativ klein hier. Ähm, für die 65 Euro, muss ich ehrlich sagen. Aber heutzutage ist es ein seltenes Set. Mit dem Kristallschädel auch noch mit dabei. Aber hier sind dann drei Kristallschädel mit dabei gewesen. Die Story habe ich euch wahrscheinlich auch schon mal erzählt, wie ich zu dem Set gekommen bin. Das gab es damals. Und, äh, das wollte ich mir kaufen von meinem Taschengeld. Habe ich lange, lange gespart. Und dann sind wir mit meiner Mutter zum Baumarkt gefahren. Ich habe immer im Baumarkt meine Lego-Sachen gekauft. Und dann konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich das jetzt kaufen soll oder nicht. Habe ich gesagt, nee, kaufe ich nicht. Da sind wir zu Hause gewesen. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, können wir nochmal hinfahren? Dann wollte ich es nämlich wirklich kaufen. Dann hat meine Mutter, ist meine Mutter nochmal mit mir hingefahren. Ähm, auch das weiß ich noch, ähm, ganz genau. Äh, ja, freut mich, dass sie den Spaß damals mitgemacht hat. Damals, als ich noch klein und niedlich gewesen bin. Jedenfalls sind hier drei von diesen Kristall, äh, Akator-Skeletten mit dabei gewesen. Wie auch immer der Film war, für mich war das damals ein tolles Spielset. Habe ich auch schon ein Review zugemacht. Oh, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Wie wunderschön. Wir haben hier aus dem ersten Teil Indiana Jones und das verlorene Grab. Der Teil ist damals ab 16 gewesen. Deshalb durfte ich den schon gar nicht sehen. Ähm, ja, und das Set ist von sieben bis vierzehn Jahren. Aber ihr habt ja bei dem anderen Dings gesehen. Ich habe die Filme nicht gesehen und habe trotzdem damit gespielt. Das hier Set hatte ich damals auch. Das habe ich bei meiner Oma gekauft. Ähm, für 13 Euro. Ein solides Set. So wie dann hier die, äh, Flucht aus dem Tempel. Die hatte ich damals leider nicht. Die habe ich aber dann irgendwann gebraucht auf Ebay gekauft. Und meine Tante hat mir damals dann aus Amerika diesen goldenen Götzen bei Bricklink bestellt. Das weiß ich auch noch ganz genau. Das gab es nirgendwo. Aber ich wollte ihn unbedingt haben, damit ich das Set komplett habe. War auch eine sehr coole Acht. Zu dem Set habe ich ja auch schon ein Review gemacht. Ähm, Jagd nach dem verlorenen Schatz. Da haben wir diese beiden Fahrzeuge mit dabei. Auch das fand ich immer cool mit den beiden Fahrzeugen. Gerade auch hier mit der goldenen Schatzkiste da hinten drin. Die war auch noch so verkromt. Dann haben wir... Ach, du liebes bisschen. Das sind die damals... Ich glaube, die sind auch nie im Katalog drin gewesen. Im normalen Katalog. Die waren bei uns, denke ich, auch exklusiv, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Da hatten wir dann hier... Es war so ein bisschen an The Dark Knight angelehnt. Also The Dark Knight hat ja den Tumblr eingeführt quasi. Aber der Joker ist halt nicht mit diesem, ähm, Eiswagen durch die Gegend gefahren. Und die Figuren haben jetzt auch nicht so wirklich zum Film gepasst. Aber es war ein Tumblr. Und das war... Den habe ich damals mit bunten Steinen danach gebaut, nachdem ich den, äh, Batman-Film das erste Mal gesehen habe. War auch ein tolles Spielset. Also wesentlich besser als die, äh, diese sandfarbene Variante, die wir nochmal bekommen haben. Dieses... Für 13 Euro ist es damals erschienen. Das ist heutzutage einfach unbezahlbar, das Set. Genauso wie diese beiden hier. Harley Quinn. Ach, da konnten sich die Hammer so, äh, rausbewegen. Das waren damals noch sehr, sehr simple Harley Quinn-Minifiguren. Herzliche Grüße an Markus, bei dem muss ich immer an, äh, Harley Quinn denken. Dann haben wir hier, äh, Robins an, äh, Unterwasser. Jet. Ja, brauchen wir jetzt glaube ich gar nicht drüber zu reden. Sieht ein bisschen aus wie ein 4-Plus-Set, muss ich ehrlich sagen. Und Mars Mission. Mars Mission gab es damals auch. Ich war nie so wirklich der große Space, äh, Fanatiker wie jetzt der eine oder andere. Aber ich mag Star Wars. Ich weiß, passt gleich nicht ganz zusammen. Ich mag es aber. Ich mag diese Sachen irgendwie. Also ich kann damit spielen. So ist es nicht. Und ich kann mich auch dafür faszinieren, was das hier für ein episches Set ist. Aber, ähm, ich mag halt die Themenwelt nicht ganz so gerne wie jetzt Indiana Jones oder sowas. Das Ding konntet ihr so ausklappen. Dann ist es so, ähm, rumgestanden und konntet auch noch ein Auto ausfahren. Da gab es noch einzelne Module, die ihr so ausfahren konntet. Da könnt ihr es sehen. Da waren dann, war dann auch noch dieser, ich glaub, diese Alienkönigin oder sowas mit dabei hier hinten im Jet. Nicht ohne Grund. Es ist ein Top-10-Spielzeug von 2008. Gut, das wird manchmal ein bisschen random verteilt und ich weiß auch nicht, wie es genau verteilt wird. Aber, ähm, es ist auf jeden Fall ein tolles Set gewesen. Auf jeden Fall. MT-61 Einsatzfahrzeug. Ähm, war auch ein solides Teil. War, glaub ich, gar nicht im Katalog drin, wenn ich mich richtig erinnere. Das war dann das eins der billigen Sets. Das hätte ich mir aber fast gekauft. Hier dann, ähm, das MX, den MX Switchfighter. Der konnte sich halt dann so, so einen Bodenkämpfer umbauen. Ähm, hier dann noch diese Kanone. Ich weiß jetzt nicht, kommt das noch? Nee, kommt nicht. Leider, leider ist jetzt nicht gekommen. Da gab es damals solche Systeme. Da hattet ihr solche Schläuche. Könntet ihr auf so einen, ähm, äh, so einen Luftpolster-Dingsbums draufschlagen. Dann sind die Figuren durch so eine Röhre durchgeflogen. Das ist jetzt leider hier nicht mit dabei gewesen. Aber das war auch immer sehr, sehr faszinierend. Creator, muss ich sagen, hat mich damals überhaupt nicht angesprochen und entspricht mich jetzt gerade auch überhaupt nicht an, was hier für Sets auf der Seite ist, äh, sind. Am ehesten hier vielleicht der Stegosaurus. Gab auch noch damals einen motorisierten Dino, der auch wirklich laufen konnte. Dieses Auto sieht einfach auch weird aus, aber gut, vielleicht bin ich da auch einfach nicht die Zielgruppe für. Die Autofähre, das war immer ganz lustig. Die konnte sich dann halt aufklappen. Hier vorne seht ihr die Autos rauslassen und so weiter. Der Helikopter, ähm, ja, nicht so ganz meins. Das war dann wieder eher meins. Ich habe damals auch mit Technik tatsächlich gespielt. Ähm, das war hier die, äh, das Dirtbike. Das hatte ich damals, ähm, von meiner Oma bekommen. Und dann habe ich das, ähm, in der Stadt bekommen und dann sind wir mit dem Auto zurückgefahren und ich habe das Ding aufgemacht, habe mit meinem Daumen oben das aufgemacht und dann habe ich mein, die, habe ich das, die Pappe von, von der, von dem Karton mitten in meinen Daumen hier oben reingerammt und das tat so höllisch weh. Das war einfach ein Schnitt hier oben durch den Daumen ruhig. Ich bin ein kleiner Heulsuse und die Fahrt war definitiv nicht angenehm. Äh, aber ich hatte dann immerhin dieses Motorrad offen. Ähm, da war eine katastrophale Qualität von diesen Stickern. Also wirklich. Diese Sticker, die sind, haben sich aufgelöst. Also heutige Sticker sind nichts im Vergleich zu den Stickern von damals aus, ja, ungefähr 2008. Die haben sich vollkommen aufgelöst. Die hingen dann an allen anderen Steinen drumherum. Das war nicht schön an diesem Set. Power Functions Upgrade Set hatte ich mir damals gekauft für dieses Ding, den Teleskop Lader. Der konnte so durch die Gegend fahren, hatte eine sehr, sehr coole Steuerung hier oben an diesem Rad und ihr konntet halt den, ähm, den Lader hoch und runter heben. Überrascht eigentlich mich selbst, dass ich das Set damals gekauft habe, weil ich eigentlich eher so der Typ für, ähm, vollkommen motorisierte Sets war. Deshalb war ich auch sehr, sehr traurig, dass Lego dieses Set damals nicht motorisiert hat. Damit konnte man eigentlich nicht viel machen, außer jetzt halt zu lenken, die Seilwinde vorne auszufahren, Beleuchtung ein- und auszuschalten. Ähm, und ich glaub, ach, die Federung, die konnte man, ja, genau, höher und tiefer stellen konnte man noch. Aber man konnte halt nicht mit einer Fernbedienung damit durch die Gegend fahren. Das war in 2007 der Bulldozer, wo das dann ging. Hier haben wir einen Raupenbagger. Ganz interessant. Jetzt gerade ist ein neuer Raupenbagger für 40 Euro rausgekommen. Der ist, ja, doch, doch, der hat wesentlich kleinere Ketten als jetzt dieser Raupenbagger von früher. Ja, und, ja, genau, da konnte man hier damals auch noch, äh, Einzelteile kaufen. Das kann man ja, ähm, alles immer noch. Hier seht ihr die Preise jemals. 18 Cent für einen Stein. Ich glaub, das ist gar nicht so viel teurer als heute. Muss ich mal nachgucken. Ich bestell nicht oft bei, ähm, Pick a Brick direkt bei Lego. Aber 19, ja, okay, 19 Cent für eine Kappe. Und ach, schaut euch das mal. Oh Gott, okay, da kommen wir gleich zu, zu dem. Aber das hier ist der Todesstern. Das war die erste Variante vom Todesstern. Dieses Set will ich irgendwann unbedingt nochmal haben. Ich hab ja die neuere Variante, die fast die gleiche ist. Aber bei dieser hier sind halt die Minifiguren nochmal OG gewesen. Dann hier, ähm, UVP. Ach, sieh mal einer an. 400 Euro haben sie damals gestartet. Das ist irgendwann nochmal auf 420 Euro hoch gewesen. Da bin ich mir jetzt, da bin ich jetzt wirklich, äh, in Spongebob, Scary, Schnecke sicher, dass sie das damals auf 420 Euro hochgesetzt haben. Wie auch immer, ähm, könntet ihr halt alles bespielen und so weiter. Winzige Unterschiede im Vergleich zum anderen. Wenn ihr den irgendwann auf Ebay findet, ähm, dann braucht ihr nicht lange nach, also wenn ihr die Figuren mögt, dann könnt ihr auch den hier kaufen. Braucht ihr jetzt nicht, den neueren zu kaufen. Und dann haben wir hier nochmal zwei Adventskalender. Und mit denen bin ich damals aufgewachsen. Könnt ihr euch natürlich denken, diesen Castle-Adventskalender, den hatte ich. Da war hier dieser, äh, Jester mit dabei, der in, ähm, äh, dieser, ja, Hofnarr, die Prinzessin, der Ritter, dieser Zwerg. Der hatte dann seinen eigenen Tisch noch mit am Start und so. Ach, ich wünschte, ich hätte die Verpackung damals nicht weggeworfen. Ähm, irgendwann bin ich, glaube ich, nochmal so vollkommen dumm und kaufe mir diesen Kalender original verpackt, ähm, für den Adventskalender und, ähm, pack den dann aus. Irgendwann in Weihnachten. Sehr, sehr cool. Also, nochmal vielen Dank an dich, äh, die Zuschauer, dass du mir das, ähm, zugeschickt hast für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war, also ich hatte schon einige Male echt Gänsehaut. Und, ähm, ja, habt einen wundervollen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.